In Italien wird derzeit über einen Gesetzesvorschlag diskutiert, der Gewalttaten gegen homosexuelle Menschen und Transmenschen unter schärfere Strafen stellt. So ein Gesetz gibt es in den meisten europäischen Ländern, und zwar um Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts, der Geschlechtsidentität oder der sexuellen Neigung entgegenzutreten. In Italien gibt es zwar ein Gesetz gegen rassistische und frauenfeindliche Gewalttaten, aber nun sollen auch homophobe Gewalttaten unter die gleiche Regelung fallen. Die rechtsgerichtete Partei der Lega versucht seit einiger Zeit mit allen Mitteln zu verhindern, dass dieses Gesetz auch verabschiedet wird. Dieses Video mache ich auf Anfrage einer Schulklasse eines Wiener Gymnasiums, die sich Lektüretipps zum Thema LGBTQI plus gewünscht hat. Eine gute Idee für ein Lernvideo, habe ich mir gedacht und mich von den Fragen der Schülerinnen und Schüler inspirieren lassen. In diesem Video geht es also um Politik, aber auch um Bücher und Literatur. Ist es wichtig oder unnötig, dass es so viele verschiedene Bezeichnungen für sexuelle Orientierungen gibt? Welche Wörter und Bezeichnungen verwenden wir, um Menschen zu beschreiben? Die Frage ist wichtig. In den letzten Jahren gibt es immer mehr Unterscheidungen und deshalb immer mehr Bezeichnungen. Das Kürzel LGBTQI plus hat sich durchgesetzt, wobei das Plus symbolisch für alle anderen Geschlechtsidentitäten stehen soll, die vom Kürzel noch nicht erfasst sind. Die Rainbow oder Queer Community ist nämlich eine Gemeinschaft, die einschließen will und keine festen Abgrenzungen mag. Darum könnte sich dieses Kürzel in Zukunft auch verändern oder weiterentwickeln. Neue Buchstaben könnten hinzukommen. Bist du jetzt homosexuell oder heterosexuell, wird Sascha gefragt. Für Sascha ergibt diese Frage keinen Sinn. Das eine oder das andere kann man doch nur sein, wenn man sich auch mit einem bestimmten Geschlecht identifiziert. Sascha ist Gender Queer. Seer, also die Mischform von sie und er, fühlt sich weder männlich noch weiblich. Diese Identität war schon da. Das Wort dafür hat Seer erst im Internet finden müssen und sich dann vor den Eltern zu outen. Das heißt, ihnen die eigene Gender-Identität mitzuteilen. Sascha ist die Hauptfigur des Buches Bus 57, da es auf einer wahren Geschichte beruht und von einer Journalistin der New York Times recherchiert wurde. Es ist ein dokumentarischer Roman, der an allen Schulen gelesen werden sollte, wie ich finde, weil er ganz wichtige Themen auf backende Weise behandelt. Ich will zum Inhalt jetzt nicht weiteres verraten, ihr sollt die Geschichte selbst entdecken. Aber ein Kapitel aus diesem Buch hat mir geholfen, die Begriffe zu ordnen. Und Sascha macht es ähnlich. Er bringt mit Hilfe dieser Begriffe das Gefühlschaos in Ordnung, das Seer entwirren will. Geschlecht bezeichnet das Biologische, die Geschlechtsmerkmale, die Anatomie, also. Gender hingegen bezeichnet, wie sich Menschen im Inneren fühlen, bezogen auf das Geschlecht. Sexualität bezeichnet, zu wem sie sich körperlich hingezogen fühlen. Und Romantik, zu wem sie sich auch gefühlsmäßig hingezogen fühlen. Und zu jeder Kategorie gibt es eine Reihe von Begriffen. Ich nehme zum Beispiel an, dass die meisten von euch Cisgender sind. Das bedeutet, dass Gender stimmt mit dem Geschlecht überein, mit dem ihr geboren wurdet. Warum scheren sich andere überhaupt darum, welche Sexualität jemand hat? Ist das nicht eine Sache einer Person selbst? Kürzlich ist dieses Thema auch in meinem Unterricht aufgetaucht. Eine Schülerin hat mir die Frage gestellt, was das Ganze mit Politik zu tun hat. Sexualität ist doch etwas sehr Persönliches und betrifft nur den Einzelnen und nicht die Gesellschaft. Dem ist natürlich nicht so. Wie man Familie definiert, zum Beispiel, ist eine höchstpolitische Frage. Und es wird, zumindest in Italien, auch ganz heftig darüber gestritten. Je nachdem, ob man politisch rechts oder links steht, wird man die Frage ganz anders beantworten. Oft wird auch mit der Natur argumentiert. Als hätte es die Natur so eingerichtet, dass nur ein Mann und eine Frau eine richtige Familie bilden können. In der Philosophie spricht man hier von Naturrecht. Das bedeutet, dass man aus der Natur die Gesetze für den Menschen und das Zusammenleben herauslesen kann. Auf die Religion bezogen würden wir sagen, dass Gott in seine Schöpfung diese Ordnung schon eingeschrieben hat, indem er die Menschen als Mann und Frau erschaffen hat. Gott sei Dank gibt es heute in der Kirche auch andere Meinungen, die auf den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Zurück zur Politik. In politischen Systemen, die streng geregelt sind und keine persönliche Freiheit zulassen, in Diktaturen und Regimen haben es homosexuelle Menschen seit jeher schwer. Da macht es jetzt keinen Unterschied, ob die Staaten rechte oder linke Regierungen haben. Auch deshalb habe ich als Beispiel bewusst das Buch Im Wasser sind wir schwerelos gewählt. Es spielt in Polen der 80er Jahre, das bedeutet, dass das Land fest im realen Sozialismus steckt und als Bruderland stark abhängig ist von der Sowjetunion. Jede Kritik und jeder Widerstand gegen die kommunistische Staatsgewalt werden brutal unterbunden. Aber es ist eine interessante Zeit, denn einige Arbeiter in diesem Arbeiterstaat treten auf die Straße, um zu protestieren. Sie fordern Reformen. Mitten in diesem gesellschaftlichen Aufruhr hinein erlebt Ludwig die Hauptfigur des Romans seine persönlichen inneren Aufruhr. Er hat sich nämlich in Janusz verliebt. Doch diese Liebe muss geheim bleiben, denn Homosexualität gibt es hier offiziell nicht. Deshalb ist es nicht ausschließlich verboten, aber wer sich bei homosexuellen Handlungen erwischen lässt, verliert die wenigen Bürgerrechte, die im kommunistischen Polen noch da sind. Er wird erpressbar und der Staatsapparat setzt nämlich solche entlarvte Homosexuelle oft als Spitzel ein. Das Buch zeigt sehr konkret und in vielen alltäglichen Details, wie stark das Leben der Bürger durch die Staatsgewalt eingeschränkt wird. Nur wenige Polen sind mit den richtigen Kontakten zur Obrigkeit, die genießen Privilegien. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass man einen Arzt aufsuchen kann, sollte man schwer erkranken oder lebensrettete Medikamente zu bekommen. Vor den Geschäften bilden sich Warteschlangen. Man steht an, in der Hoffnung, dass man am Ende dann irgendetwas bekommt. Das ist aber auch nicht sicher. Und zudem weiß man nicht, wofür man ansteht. Das klingt jetzt wie eine Metapher für das damalige Polen und ist im Buch wahrscheinlich auch so gemeint. Aber es war auch damals eine bittere Realität. Und das zeigt dieser Roman in so beeindruckender Weise anhand der beiden Hauptfiguren, die einander lieben, mit dieser Liebe aber ganz unterschiedlich umgehen. Der eine will zu sich und seiner Liebe stehen und deshalb von Polen weg. Er sieht für sich in seiner Heimat keine Zukunft mehr. Der andere hingegen hat sich mit dem System arrangiert und versucht, die Privilegien zu genießen, welche die erhalten, die mit der Regierung zusammenarbeiten. Lieber verstellt er sich und verleugnet sein wahres Ich, als seine Sicherheiten aufs Spiel zu setzen. Was sind die Schwierigkeiten beim Coming Out? Viele Heranwachsende, die langsam erkennen, dass sie sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlen, machen einen langen, schwierigen Prozess durch, bis sie zu sich selbst stehen können. Erst dann sind sie bereit für ihr Coming Out. Das bedeutet, dass sie ihr Schwulsein oder ihr Lesbischsein auch den anderen mitteilen. Das ist meine Privatsache, mit wem ich ins Bett gehe, werden vielleicht einige sagen, aber so einfach ist es nicht. Früher oder später kommt der Moment, wo man in der eigenen Familie, auf dem Arbeitsplatz, im Freundeskreis Stellung beziehen muss. Bis dahin ist es oft ein weiter Weg, auf dem es auch Rückschläge gibt. Vielleicht bleibt es so in der eigenen Familie lange Zeit unausgesprochen und ein offenes Geheimnis. Alle wissen es und doch wird nicht darüber geredet. Internet hat sicher geholfen, dass sich junge Menschen weniger allein fühlen und die Möglichkeit haben, Kontakte zu knüpfen und sich mit anderen aus der Community auszutauschen. Aber im engen Kreis der Familie und im Freundeskreis den Mut für ein Coming Out zu finden, bleibt den jungen homosexuellen Männern und Frauen auch heute nicht erspart. Das Coming Out ist für jene Menschen schwieriger, die von Geburt an in ein festes Netz ethnischer und religiöser Traditionen eingebunden sind, deren Leben schon streng geregelt ist zwischen Religionsunterricht, Familienbräuchen und starren Geschlechterrollen. Fatima heißt die jüngste Tochter, einer aus Algerien emigrierten muslimischen Familie, die in Paris lebt. In ihrem beeindruckenden Erstlingsroman erzählt sie auch von ihrem Coming Out. Ich heiße Fatima Das. Dieser Satz kommt in dem Buch Refrainartig immer wieder vor und jedes Mal fügt sie eine neue, andere Beschreibung hinzu. Beim Lesen spürt man, wie viele Anläufe sie genommen hat, um zu sich selbst zu finden. Welche Rollen sie ausprobiert hat, um sie dann wieder zu verwerfen. Die bravgläubige Muslimin, die asthmakranke Schülerin, die mobbende und gewaltbereite Rebellin, die wie ein Junge aussehen will, das Mädchen, das sich zwingt mit einem Jungen zusammen zu sein, die polyamyröse junge Frau, die mit mehreren Frauen zugleich eine Beziehung hat, bis sie dann Nina trifft und sich in sie verliebt. Und immer tritt sie in Konflikt mit den Erwartungen und Lebensregeln der anderen. Sie diskutiert mit ihrer Mutter in der Küche, ob sie zur Schuldirektorin muss, zum Psychologen geht oder einen Imam aufsucht, der ihr erklärt, dass ein stärkerer Glaube sie von ihrer Homosexualität fernhalten würde. Gott hat die Sünden im Wissen erschaffen, dass wir sündigen werden, sagt ihr da im Am. Fatima Das hat für dieses Ringen und ihre Suche eine passende Sprache gefunden. Das macht dieses dünne Buch so bemerkenswert. Am Ende versöhnt sie sich mit ihrer Mutter, der sie immer vorgeworfen hat, auch in ihrer Ehe nur eine Rolle zu spielen, da sie ihren Mann längst nicht mehr liebt. Fatima hat zu sich gefunden. Sie ist, wie sie ist und sie ist stolz darauf. Auf Englisch heißt Stolz Pride. Und dieser Name ist dann auf die gesamte Lesben- und Schwulenbewegung übergegangen. Wer sich für die Geschichte der Pride-Bewegung interessiert, dem empfehle ich den Roman Two Boys Kissing von David Levitan. Das ist einer der bekanntesten Jugendbuchautoren, der sich regelmäßig in seinen Büchern immer wieder mit LGBT-Themen auseinandersetzt. Im Buch wollen Harry und Craig den Weltrekord im Langzeitküssen aufstellen und deshalb küssen sie sich 32 Stunden lang auf einem öffentlichen Platz. Zugleich fließt in ihren Kuss die ganze Geschichte und das Ringen der Community um ihre Rechte und ihre Anerkennung ein. Denn sie wissen, dass sie nur deshalb ihre Liebe offen leben können, weil andere zuvor für diese Liebe gekämpft haben. Ja, ein bisschen kitschig wird es in dem Buch schon, aber dennoch lohnt es sich, dieser Geschichte zu folgen. Denn natürlich steckt auch in diesem Buch wieder viel Politik. Ich habe jetzt einmal eine Auswahl eurer Fragen zu beantworten versucht. Es gäbe natürlich noch ganz viel zu erzählen und zu sagen, aber ich schließe jetzt und hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020